Wir haben heute Abend hier bei uns in der VR-Bahn in Holstein feiern wir den Abend des Vereinssports und das ist ein ganz großes Event. Wir sind ja total begeistert, dass so viele Vereine auch den Weg zu uns gefunden haben. Im Kern dieses heutigen Abends steht der Wettbewerb Sterne des Sports. Da haben wir heute Abend die Sportvereine ausgezeichnet mit den Preisen und insgesamt haben acht Vereine daran teilgenommen und der EMTV aus Elmshorn hat dort Platz 1 eben noch mitbelegt. Das ist das eine, was wir heute Abend feiern und gleichzeitig haben wir auch ein Förderprogramm über unsere Bürgerstiftung, wo wir bei den Sportvereinen neue Sportarten auch mit fördern. Das nennt sich bei uns Initialzündung und dort haben wir heute auch eine kleine Auswahl an neuen Sportarten kennengelernt und darum geht es zu Smalltalken, auch kreisübergreifend ins Gespräch zu kommen. Also das persönliche Highlight für mich war tatsächlich, dass unser Geschäftsführer vom Kreissportverband Pinneberg, Carsten Tiedemann, heute Abend mal die neue Trendsportart Hobbyhorsing ausprobiert hat und wir haben da gerade eben schon darüber philosophiert, ob das jetzt eher in Richtung Dressur oder Springreiten geht. Also das war tatsächlich mein persönliches Highlight, aber Spaß beiseite. Natürlich fand ich auch gerade unseren Erstplatzierten bei Sterne des Sports das Engagement des EMTV und natürlich aber auch das Engagement der weiteren Sportvereine in Richtung Integration, Inklusion und was dort insgesamt der Vereinssport einfach für unsere Gesellschaft Gutes tut, das fand ich einfach großartig. Die VR-Bank in Holstein vergibt ja die Sterne des Sports bzw. die Volksbank insgesamt und in dem Fall hier für den Kreis Pinneberg, Segeberg und Steinburg. Wir kommen aus Quickborn und haben uns für die Sterne des Sports beworben. Wir haben uns mit dem Projekt der Eagle Owls beworben. Das sind bei uns die quasi erwachsenen Nachwuchsausbilder und wir haben uns vor ein paar Jahren eben darauf fokussiert, Leuten, die sozusagen aus dem Gröbsten raus sind, die Familie gegründet haben, wo die Kinder jetzt schon im Grundschulalter sind, mal zu animieren und zu sagen, hey, du bist doch früher gern geschwommen, vielleicht hast du Lust, das wiederzumachen und über diese niedrige Einstiegsbarriere gewinnen wir jetzt seit einigen Jahren Schwimmausbilder, die halt 40, 50 sind und uns nicht so schnell verloren gehen und unheimlich großen Spaß haben, Kindern und Erwachsene schwimmen beizubringen. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.